Willkommen Freunde, zurück bei Z-Lines Mission 11 Ich weiß, ich sag immer das gleiche Immer das gleiche, wenn ich anfange zu reden bei dem Spiel Immer Mission 11, blablabla, Z-Lines und so weiter und so fort Aber ihr solltet auch wissen, bei welchem Spiel wir sind Und ich muss nochmal was sagen Falls ihr mal Bock habt mitzureden im Spiel Einfach melden, einfach unter das Video im Kommentar schreiben Ja, ich will Dann werde ich euch anschreiben Dann machen wir mal einen kleinen Mikro-Test, wie sich euer Mikro anhört Stimme, Alter, spielt keine Rolle Geschlecht spielt auch keine Rolle, mache ich keine Unterschiede Von 0 bis 99 kann man hier mitreden Könnten wir ein paar Fragen stellen zum Spiel Also einfach melden, weil es ist schwierig bei dem Spiel viel zu reden Weil es gibt einfach nicht viel zu reden, weil eigentlich immer der Ablauf derselbe ist Außer mal ein paar Problemchen, wo entstehen Wenn man den Weg nicht genau da hin passt, wo er hin sollte oder so Ja Einfach mal melden Könnt ihr auch über Facebook, wie ihr Bock habt Scheißegal, es gibt genug Möglichkeiten im Kanal So Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach, mein Holzproblem wollte ich jetzt mal kurz klären Stimmt Und zwar Wollte ich versuchen, hier ein bisschen Land noch einzunehmen Gerade was hier in die Richtung geht Vielleicht Vielleicht Ein bisschen noch mal angreifen mit ein paar Leutchen So Vielleicht hier sechs drauf Und ähm Dort Sechs drauf Einfach mal versuchen, ob wir hier nochmal ein bisschen Land bekommen Dann Dann werde ich mich hier ausbreiten und nochmal Holzgebiet machen Weil irgendwie äh klappt das hier nicht so, wie ich das haben möchte Weil die bekommen ja auch zum Teil meine Gebäude gar nicht fertiggestellt So So Oh Da haben wir einen Obergefreiten Nichts leidbewegendes Kein Gegner für mich Im Prinzip Aaaaah Und der hat uns besiegt Nein Ein Unteroffizier gegen einen Obergefreiten Das ist ja wohl peinlich Wenn man da verliert Aber noch schlimmer ist jetzt Wenn mein äh Leutnant da unten Einen auf den Sack kriegen würde gleich Also den Halt der Cheo Ach, jetzt hat's geklappt Hab dann doch noch gekriegt hier Sehr gut Ja, herrlich Herrlich, herrlich So Wie machen wir das jetzt mit dem Wege? Ach, hier ist einfach genügend Platz Für eins Ja Und zwei Und Dann hier eine Holzwellehütte Dahin Und Eine Holzwellehütte Dahin Und ich bin ein glücklicher Mensch Nein, Spaß Ähm Vielleicht noch hier eine Holzwellehütte Bumm So Großes Bauprojekt Lange Räder, kürzer Sinn Und schon ist es beendet Jetzt müssen sie nur noch ausrücken und hier die Scheiße hinbauen Ja So Und ich hoffe das klappt aus Sonst kriegen wir nämlich echt Ärger hier Wo machen wir noch eine Sägerei hin? Die würde ich hier unten hinlegen Eine zweite Sägerei Ja Zack Ja Ja Gut Und jetzt will ich eine Ruhe haben Hier mit Ja Kein Waldgedöns und keine Bäume und was weiß ich was für eine Kacke So So Jetzt wollte ich den auch noch Jawohl Passt Perfekt Hätte ich auch Ah Ich hätte auch hier die Sägerei hinbauen können Seht ihr? Können wir den Scheiß hier wieder abreißen Genau So ist doch natürlich Ja so ist es natürlich wunderbar hier Aber Besser kann es gar nicht sein Ja Einmal hin Alles drin Hm War gerade das Slogan Ihr wisst schon So Okay So würde ich doch sagen Sieht das doch alles ein bisschen besser aus Hat doch gut geklappt Ah Das Lager ist auch fertig Cool Ne Baustelle Aber fast Es wird auf jeden Fall fertig Siegerungen Was Durch dieses neue feindliche Gebäude haben sie Land verloren Wo Ach hier Ach das interessiert doch mich in den feuchten Furz Der kann doch sowieso nichts mehr machen hier Siegerungen Rohstoffe gehen hier aus Das war ja zu befürchten dass das mal kommt Weiß mal ab Aber Wir schicken nochmal einen Geologe raus und schauen ob es da noch was gibt Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen Granit oder sowas Wer weiß wer weiß Wir gehen jetzt zurück ins Lager So ist es jetzt fertig oder Jawohl Sehr schön Jetzt können Sie auch den Scheißdruck hier reinbringen ins Lager Affen und so Wenn sie nun Wenn sie nun Das tun würden Ja So bald wird die Scheißsäge hier entlastet Die kriegt sowieso keine Arbeit Und hier haben wir dann Bald mal Ah hier sind dann die Baumkutscher So Ich hoffe dass das neue Gebiet hier Meinen Holzfällern Würdig ist Die Baumkutscher Jungs ihr dürft ruhig die Waffe auch hier her bringen ne Ihr braucht nicht alles ins Hauptlager stopfen Also das ist gar kein Problem Ja die bringen immer noch die ganzen Krempel ins Lager rüber Ja Hier auch Naja Was solls Oh der hat mal einen Krümel steig Was zum Henker macht ihr schon wieder hier in meinem Gebiet Ihr sollt euch doch endlich mal verpissen man Oh je Oh je o je o je Oh je o je Oh je o je Oh je o je o je Ja Holzverleim und den Weg darüber dass wenn sie hier oben pflanzen dass es auch abholzt wird hier unten haben wir einen ja jetzt passt es so möchte ich das haben so und jetzt bitte mal anfangen hier mit der Arbeit alle fertig naja ich muss mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen warum du nichts in die Halle bringen obwohl hier ein Weg ist hey sag mal habt ihr hier kein Zuhause oder weil hier alle rumwuselt der hat eine Mini abgerissen warum ich muss die unbedingt im Auge behalten hier dass die immer auf die dumme Idee kommen hier Wege abzureißen und Minen zu bauen weiß man nie bei dem Gegner bei dem hier auch nicht da hat er auch einfach mal eine hingeklatscht obwohl es nicht darf ich habe es mir nicht mehr erlaubt naja oh was bauen sie da bestimmt Kohle das haben wir mal im Auge behalten kriegen wir eigentlich mal noch Gold hier unten oder ist es schon aus da schmelzt kräftig hier oben ähm wie wäre es mal genau mit ein bisschen Holz ich glaube das wäre doch mal ein Angebot hier drin oder also kriegt er keine Kohle weil alles hier rumliegt und keiner bringt es hier her du ihr Arbeit gucken was es hier gibt ach da ist er na hat denn der jetzt gebraucht hier zu laufen war Eisen was wir abgerissen haben ne ich glaube nämlich Schotten ui Bäumchen wachsen hier es wachsen Bäumchen aber irgendwie ist noch keiner da zum die abholzen großes Projekt Baustelle nein der hat auch mal Holz gekriegt Junge 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 jetzt wird es aber langsam gruselig hier du produzierst auch noch ein bisschen was echt Tatsache aber die nutzen ja das lag richtig prima muss ich sagen die lage ja wahnsinnig viel hier ein also unglaublich vor allem Waffen ey das platzt ja gleich aus allen Nähten hier Penner könnt ihr mal hier die Waffen reinbringen und nicht mal alles darüber das ist echt eine Katastrophe also oh mein Gott ich kann ja Krieg machen um Himmels Willen ich habe so viele Soldaten üblich ich könnte ja das macht mir ja richtig Angst so haben wir noch irgendwo gefreut na da sind ja noch einige drin aber so jetzt nicht so tragisch da werden sie nicht angreifen die werden überhaupt nicht angreifen weil sie gar nicht können äh wieso produziert der Waffen Alter wo hat der jetzt das Eisen her der hat doch gar keine hallo der hat doch gar keine Eisenminen jetzt werde ich aber langsam sauer oh meine Fresse wo haben sie sich aus dem Lager aus dem Arsch gezogen oder wo haben sie es her der hat doch gar nichts mehr hier der hier irgendwo der Sack der Sack der produziert der zieht euch das mal rein hier der hatte tatsächlich Eisen Jungs reißt das Ding hier ein aber sofort jetzt gießt ihr mir aber langsam auf den Sack ich hab doch geboostert irgendwo was oh man hey das gibt's doch nicht ja ich weiß aber erstmal muss das hier fallen oi das darf doch also nee das ist doch eine gnadenlose Unverschämtheit und auch noch ach du Scheiße da ist ein Leutnant drin oh bitte nicht komm hau ihn weg die haben kein Gold oi das darf doch nicht wahr sein so eine komm klopf den Leutnant hier weg das darf doch nicht wahr sein haben wir nichts stärkeres an Bord oder was haben wir nur so scheiß Soldaten oder was geht hier ab ja endlich komm reiß das Ding da oben weg ja gut man sind die hinterfotzig ey haben sie einfach da oben ein Bergwerk hingebaut boah aber jetzt brennt's ha 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 brauchst gar nicht weitersuchen das Gebiet gehört hier nicht mehr verpiss dich aus meinem Land ey was für ein Stricher ey dafür reiß ich sie im nächsten Part ein ey ich nehm den kompletten Berg hier ein ich lass dir kein Stück Berg mehr übrig ey hier das wird alles sich geholt solche Säcke gut das werd ich tun aber erst nachher wie gesagt im nächsten Part dranbleiben lohnt sich sch